Jetzt die Ingolstädter und das ist die Nummer 19, der ist alleine vor dem Tor. Kölke, das ist ja der Wahnsinn, wie er sich da reinschmeißt in diesen Ball. Und gerade so vor dem Einschussbereiten Marcel Gauss den Ball hält. Das war ja Wahnsinn, der war alleine durch, er hatte Kölke schon ausgetanzt und da schmeißt er sich rein und hält den Ball wahnsinnsbarat. Also wirklich da auch der Hinweis an euch, nochmal Highlights reinziehen von dem Spiel, wenn ihr es nur hören könnt.